hallo leute und herzlich willkommen zu einem neuen und weiteren video von mir es freut mich wieder riesig dass ihr heute eingeschaltet habt und ja heute möchte ich mit euch über die folgenden spannenden themen sprechen als allererstes gucken wir uns die aussagen von dem investment guru paul tudor jones an der darüber spricht dass der bitcoin weiterhin unterbewertet ist außerdem gucken wir uns an warum eine mögliche bitcoin kurs korrektur aktuell bereits im gang sein könnte und warum wir in dem atemzug auf 14.000 dollar fallen könnten und zu guter letzt gucken wir uns noch an warum der streaming dienst spotify nun mit dem thema kryptowährungen ernst macht gucken wir uns das allererste thema und hierbei geht es vor allem um die aussagen von paul tudor jones ein investment guru den wir bereits in den letzten wochen und monaten häufiger mit am start hatten der also verschiedene aussagen geäußert hat zum thema bitcoin und kryptowährungen er ist ja ein befürworter des bitcoins und geht davon aus dass der bitcoin das beste pferd im stall ist das spannende ist dass er ein interview mit yahoo finance gemacht hat in dem er über die zukünftigen entwicklungen des kryptomarktes gesprochen hat und in dem fall äußerte er sich wie folgt ich bin bei weitem kein experte was bitcoin angeht und darauf folgt das folgende eine marktkapitalisierung von 500 milliarden us dollar reicht einfach nicht in einer welt in der 900 billionen us dollar in aktien investiert sind und wer weiß wie viele billionen in fiat währungen er bringt also zum ausdruck dass der marktwert die marktkapitalisierung des bitcoins die aktuell bei ungefähr 360 milliarden us dollar liegt im vergleich zu anderen anlageklassen deutlich zu klein ist und dass der bitcoin hier deutlich mehr potenzial hat und in zukunft auf augenhöhe mit aktien und gold und so weiter liegen sollte aus der sicht von paul tudor jones und dazu sagt er noch folgendes bitcoin erinnert mich total an aktien von internetunternehmen im jahr 1999 als das internet noch in seiner frühphase war keiner wusste damals wie er diese bewerten soll weil keiner abschätzen konnte welche möglichkeiten sich in der zukunft ergeben das ganze trifft natürlich sehr stark zu wobei wir natürlich hier auch sehr sehr viele unternehmen hatten die überbewertet waren die dann am ende in der dotcom blase geplatzt sind und die am ende dann nicht überlebt haben aber wenige haben überlebt und die sind größer denn je heute unter anderem fällt ja zum beispiel auch das unternehmen google bzw alphabet damit rein das sind so die wenigen beispiele wie es eben funktionieren kann und aus der sicht von paul tudor jones ist es so dass selbst staaten in den nächsten 20 jahren irgendeine form von digital währungen nutzen werden das ist erwiesenermaßen so denn in dem fall setzt sich ja die ezb bereits mit der frage eines digitalen euros auseinander china ist hier sehr sehr weit und hat schon die ersten proof of concepts herausgebracht und auch amerika und kanada setzen sich mit der thematik weiter auseinander in dem fall wird es also definitiv dazu kommen dass am ende digital währungen umgesetzt werden und etabliert werden doch die frage ist natürlich wann und ob sie ähnlich aufgebaut werden wie bei metallmärkten oder bei dem metallmarkt wo es quasi edelmetalle gibt in dem fall wäre das jetzt übertragen der bitcoin der dann als edel kryptowährung gelten würde und ob dann natürlich andere in dem fall edelmetalle in anführungsstrichen also in dem fall andere kryptowährungen dann die positionen von zum beispiel kupfer und aluminium und so weiter einnehmen das ganze ist natürlich sehr plakativ macht aber vielleicht sinn und in dem fall bin ich natürlich sehr gespannt ob es tatsächlich in den nächsten 20 jahren dazu kommt wobei ich natürlich aber hier auch mit einwerfen muss dass die staaten sich dagegen stellen werden die werden natürlich versuchen den bitcoin nicht an die macht zu lassen und das große problem ist hierbei dass sie das nur bedingt einschränken können weil wir ja wissen dass der bitcoin letztendlich dezentral funktioniert und es gibt eben keinen unternehmen das in irgendeiner art und weise über den bitcoin bestimmt und die man eben mit regulatorischen maßnahmen unterdrücken kann und so weiter das heißt also hier werden wir sicherlich in den nächsten jahren noch eine sehr spannende entwicklung und einen sehr spannenden kampf sehen paul twitter jones hat in der vergangenheit auch schon darüber gesprochen dass aus seiner sicht das ganze wie in den 70er jahren aussieht also hat er hier quasi die entwicklung des goldes mit dem bitcoin verglichen und sagt halt dass in den 70er jahren das gold überdurchschnittlich stark ansteigen konnte und das ganze sieht er bei dem bitcoin auch als möglichkeit dass es ja also einen weiteren aufschwung gibt und er geht sowieso davon aus dass wir in zukunft hier mehr institutionelle investoren sehen werden die also den bitcoin auf das nächste level heben können groß investoren unternehmen und so weiter gelten nun mal in der aktuellen phase als treibende kraft und ich glaube das wird im jahr 2021 noch eine viel größere rolle spielen ich bin also sehr gespannt wie es hier weitergeht denn auch 2021 möchte die wall street hier den investoren die möglichkeit geben verschiedene indizes zu handeln für mehr als 550 kryptowährungen ich bin also sehr gespannt wie es dann hier in zukunft weitergeht was haltet ihr von den aussagen von paul twitter jones schreibt es gerne mal unten in die kommentare wenn ihr aktuell noch ein weihnachtsgeschenk sucht dann solltet ihr euch auf jeden fall den zweiten link in der video beschreibung angucken denn das ist die seite ledger die aktuell eine wunderbare weihnachtsaktion umsetzen gucken wir uns das zweite thema und hierbei geht es um eine mögliche bitcoin kurskorrektur die vielleicht sogar schon im gang ist in dem fall müssen wir zusammenfassen dass im letzten monat der bitcoin um fast 100 prozent ansteigen konnte von knapp 10.000 us dollar auf 19.800 us dollar ein rapider anstieg und es könnte gegebenenfalls zu einer korrektur kommen die es in sich hat in dem fall gibt es hier einige aussagen von dem analysten michael van de popp der sich eben mit dem thema auseinandersetzt und das ganze hier aufgeschlüsselt hat und er ist der meinung dass eine tiefe korrektur nicht unbedingt schlecht für den markt wäre sogar vielleicht gesund wäre das ganze macht natürlich in gewisser weise sinn weil wir bei einer entsprechenden korrektur natürlich die möglichkeit haben nochmal deutlich günstiger in den markt einzusteigen und das ist am ende sicherlich gar nicht so verkehrt in dem fall sprechen wir also einmal über die gründe warum es aktuell einen sehr starken widerstand gibt denn aktuell ist es ja so dass wir im vergleich zum jahr 2017 deutlich weniger privatanleger im markt haben als wir es aktuell haben und das große problem hierbei ist dass der bitcoin sich in einer preisfindung bewegt und in dem fall ist es also so dass die prognosen natürlich extrem schwer sind wenn wir uns aber die grafen hier angucken da merkt man relativ schnell dass wir eine nahezu vertikale aufwärtsbewegung gesehen haben dennoch ist ein klarer ausbruch zu dem zeitpunkt eher unwahrscheinlich denn besonders alarmierend war bei dem jüngsten versuch die 20.000 us dollar zu knacken vor allem dass wir relativ wenig volumen hatten dass also quasi den bitcoin hätte in diese hemisphäre drücken können und auf der anderen seite haben wir eine mögliche bärische divergenz im täglichen zeitrahmen diese divergenz ist in dem fall nicht unbedingt bestätigt aber sie zeigt auf jeden fall einige potenzielle signale für eine leichte trend umkehr und in dem fall würde eine korrektur bedeuten dass für richtung 16.000 und 14.000 dollar fallen könnten diese die sich eben als potenzielle unterstützung dann herausstellen könnten ich bin also sehr gespannt ob das passiert in dem fall vergleicht van de poppen hier also den marktverlauf mit dem jahr 2014 wo wir ähnliche muster gesehen haben in dem fall war es so dass es eine signifikante korrektur von 30 prozent gab in dem fall ist der bitcoin dann also deutlich abgefallen und hat dann den boden quasi als widerstand definiert und konnte danach wieder ansteigen in dem fall könnte es also wieder darauf hinauslaufen dass wir also um 30 prozent knapp fallen und das ist ja auch durch peter brandt schon analysiert worden dass es in den letzten jahren häufiger zu einer 30 prozentigen oder im durchschnitt 30 prozentigen korrektur kam und dass es anschließend zu einer massiven aufwärtsbewegung des bitcoins kam wodurch also neue all time highs möglich waren in dem fall könnte es also tatsächlich dazu führen dass wir in der nächsten zeit noch mal eine korrektur sehen und dass wir in dem atemzug danach anfangen werden weiter zu steigen wichtig ist jetzt erst mal dass wir im besten fall um eine weitere aufwärtsdynamik überhaupt aufrechterhalten zu können über 18.500 us dollar bleiben in dem fall kämpfen wir aktuell so mit den 19.000 us dollar und falls es eben nicht so ist könnte es also tatsächlich richtung 16.000 us dollar runtergehen dann gegebenenfalls sogar noch ein bisschen weiter nach unten was aber am ende gar nicht so ungesund für den bitcoin sein kann um letztendlich dann natürlich noch mal günstiger in den markt einzusteigen und vor allem bereinigt sich der markt natürlich damit auch selber was haltet ihr davon und glaubt ihr dass der bitcoin tatsächlich auf knapp 14.000 us dollar fallen kann schreibt es gerne mal unten in die kommentare gucken wir uns das letzte thema an und hierbei geht es vor allem um den streaming dienst spotify spotify gehört ja mit zu den größten streaming diensten die wir so kennen und sie suchen nun einen neuen associate director für die zahlungsstrategien und innovationen das ganze wurde tatsächlich auf linkedin am 2. dezember veröffentlicht und hier wurde angekündigt dass sie also für das team zahlungsstrategien und innovationen eine weitere person brauchen einen associate director der sich mit dem thema krypto auseinandersetzt das heißt also dass in dem fall spotify definitiv ausschau hält nach jemandem der sich mit dem thema digitalwährungen kryptowährungen blockchain und so weiter auseinandersetzen kann und sich vor allem damit auseinandergesetzt hat in der vergangenheit um eben hier fuß zu fassen man möchte also scheinbar tatsächlich das ganze thema integrieren um eben die wachstumsplanungen umzusetzen und natürlich für unternehmensstabilität zu sorgen wenn man früh am werk bist und frühe innovationen mit integriert dann bedeutet das im besten fall wenn man die richtigen entscheidungen trifft dass man in den nächsten und kommenden jahren natürlich sehr sehr gut aufgestellt ist und in dem fall bin ich sehr gespannt ob die strategie von spotify sich hier bewahrheiten wird und ob das ganze so funktioniert wie sie sich das vorstellen aber ich denke sie sind groß genug um in der art und weise richtige entscheidung zu treffen gut ich hoffe euch hat dieses kurze und informative video gefallen falls es so war würde ich mich riesig über den daumen nach oben freuen und wenn ihr weitere videos zu dem oder anderen themen sehen wollt dann solltet ihr auf jeden fall direkt erst mal ein abo da lassen ansonsten hören und sehen wir uns die tage wieder tschau tschau